Ah, jetzt ist der Casm wieder drin, okay. Pancake-Küße. Ich arbeite am Rechner, ach so. Ah, okay. Also was arbeitest du? Ich bin schon ein Cutter. Bist du ein Cutter, Pancake-Küße? Wir brauchen auch einen. Wie immer die Leute am Werben hier. Einen für Musik, 3D-Game-Artist. Ach du Scheiße, krass. Krass, cool. Also etwas, was wir niemals können mit unserer Kreativität. Also ich konnte früher ein bisschen... Ausdruck sowieso. Grundkenntnisse mehr nicht. Du konntest auf WinBrick, hast du programmiert wieder oder nicht damals? Ja, ne. WinBrick, was? Ja, sowas. Stimmt. Wie lange ist das her? Nieder der Hacker, ey. Programmierer, boah. Wow, Junge, boah. Hallo, mein Biss. Wer war noch mal Vita? Ah, Tapp muss Warte gucken. Vita war... Vita ist mit der Bazooka unterwegs. Wo ist Eddie, ey? Lass mich gucken, wo Eddie ist. Da ist Hawking. Da ist Mone, ist der Blaue. Noi, boah. Ich zeig dir, wer ich bin. Der Boy. Boah, ich bin einfach explodiert. Die wird sich explodiert, boah. Ander am Base. Oh, shit. Nice. Wow. Oh, krass. Ander am Ground Base, schreibt der Toxic. Kannst du ja followen, dann verlässt du uns nie. Sagt das große Köse im Geil. Der Köse, gute Werbung, ey. Der Köse macht hier vollen Einsatzzeigen. Ist so. Bester Mann. Ey, den Vita kann man gar nicht so leicht rausschmeißen, wa? Der Vita, der ist wie so ein Aal, Alter. Den kannst du nicht packen. Der flutscht dann aus dem Anderen raus, ey. Der ist auch wieder komplett konzentriert. Sagt gar nichts. Ja, ist so, ey. Wenn Vita ruhig ist, dann schnipperst nicht, ey. Ja, ja. Dann rasiert er alle, ey. Dann plant er irgendwas, ey. Ich bin halt nicht gut. Ich muss dann halt anders irgendwie ins Ziel kommen. Ja. Durch unfaire Mittel. Ey, was wollen wir denn für die Mittel? Der hat mich aber nice rausgehauen, der Boy, ey. Respekt. Der hat mich so richtig... Da gibt es so einen Fachbegriff für, wenn man... Wenn einer so rechts oder links neben der Map ist und man über den springt und dann nach unten so angreift und dann so runterhaut. Also shit. Humulated. Also da hast du schon die ganzen Terms hier rausgesucht, ne? Du meinst so humiliated? Ja, nee. Irgendwie spiken oder so heißt das. Spiken, okay. Demütigen auch genannt. Demütigen. Deklassieren. Deklassieren. Rot wie eine Tomate. Ey, das ist komplett rot. Was? Ey, dein Face ist komplett rot wohl. Echt? Oh, krass, was ist denn da? Ja, doch recht. Boah, Alter. Warum, du hast getrunken? So hart ist, so hart ist der Schwitzengrad. Zu viel Cola getrunken. Ich habe die Belichtung... Ja, ja, genau. Ich habe die Belichtung auf Dings... auf automatisch gestellt. Der hat irgendwas hier rumgescafft. Ich muss gleich mal gucken, Leute. Heftig, aber gut, dass ihr es sagt. Der Toxic hat es gesagt. Das liegt nicht an der Kamera. Der ist einfach nur hart am Schwitzen, der Boy. Boy, ist gerade sauer. Der Eddie ist gerade sauer, weil er was verliert, ey. Boy. Eddie ist im Rage-Modus. Boah, der ist richtig gut, ey. Oh, shit. Eddie, das Sweater ist so. Aber ich kenne das, Eddie. Das ist wahrscheinlich so eine Verschiebung vom Licht einfach von deiner Kamera einfach. Eine Verschiebung in der... In der Raum und Zeit, oder wie? Ja. In der Matrix. In Logitech G-Hub einfach. Was sagst du? In Logitech G-Hub. Ja. Einfach erklärt. Ja. Ey, die wird doch gerne der Drunken Master genannt. Im Spiel. Der Drunken Master? Die Boys, ey. Mr. Miyagi hat ihn gelehrt. Ja, Mann. Genau diese Szene habe ich aber gerade gedacht, ey. Boah, nice. Meine Bombe hat dann Andi rausgehauen. Wow, ey. Richtig krass, ja, Mann. Oh, Junge, wo bin ich? Was? Ich wollte rausgehauen. Ich hatte immer noch vier Leben, ne? Jo, der ist krass. Der ist What Boys. Alle auf den pinken 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 Boys. Alles beziehen. Alle auf den pinken Boys. Ich habe ihn rausgehauen. Ich könnte mir danken. Danke, Andi. Andi bist du der Beste. Deswegen bist du auch unser CEO. Boah. Danke, ist so. Welcher? Vita hat immer noch drei Leben, Alter. Wie macht der das? Vita, das sag, ey. Ich glaube, der ist echt die ganze Zeit irgendwie nur am rumjumpen. Ich bin die ganze Zeit mitten in der Action hier und sterbe die ganze Zeit und die Boys chillen da, ey. Ich chille gar nicht. Vita ist echt noch am Rücken hier. Ich fliege die ganze Zeit, ich fliege einfach nur quer durchs Bild die ganze Zeit einfach so. Ich fliege halt taktisch klug. Ja, müsste ich auch nicht machen. Vielleicht kann man gucken, wie viel Vita rausgeworfen hat. Ist so. So geht das. Wow, shit, weg hier. Der lila kommt, der pink ist immer nichts. Undrom Base. Undrom Base, so. Undrom Base, so. Aber der Toxic Schreibt, das sieht geil aus, das Rote bei dir, Eddie. Ja, danke. Vitality. Vitality, ja, ist so. Der Eddie ist unser Drunken Master, wenn du zum Spielen gehst. Los, weg von dem Pink, ey. Der spielt spiele nie nüchtern, der Eddie. Boah. Ich will nicht noch Gewinn drauf. Zielwasser. Ist so. Wer ist das denn? Geh weg. Ich fliege wegen Connection immer raus. Nein. Boah, es gibt drei Ausreden immer beim Internet Gaming. Leck, Bullshit und, äh, was war noch? Cheetah, ne? Die drei. Hab ich mal gelesen. Boah. Weg. Nein, ey. Der war nett anzusehen. Ich hoffe, das hat keiner gesehen, ey. Ich hab genau auf dich geguckt. Geil, ey. Alter, was ist mit meiner Creme passiert? Ey, die ist vom Telekom. Voll, der mich mit der Bombe drücken, oder? Lass endlich so, das ist cool. Ich glaub, das ist, ach, das ist, äh, das Licht vom Monitor. Das ist so krass, äh, weil die Stage auch so rot ist. Ach so. Ich glaub schon. Aber jetzt sieht schon besser aus. Ja, so sieht gut aus. Ja, ja, ich hab hier Licht, äh, angemacht. Ach so, ja, Licht ist richtig. Ich hab jetzt gar kein Licht angehabt. Ach so, ja, gut. Aber Mono scheint auch kein Licht anzuhaben, oder? Ich schild auch raus. Ich hab grad angemacht, es ist immer noch dunkel. Mono scheint auch im Dunkeln zu leben. Ich werde wirklich gekickt von der Lobby. Hä, boah, weiß auch. Okay, wer ist das? Vita, oder was? Ja, ja, wie immer. Vita, wieder im Finale. Das ist krass, ey. Vita, die der beste Spieler hier. Ich hab grad versucht, dir ein bisschen zu jagen, aber der haut immer ab. Haha, Vita, ey. Vita, ey. Vita, du könntest noch gewinnen. Gib alles. Komm, Vita, ey. Guck mal, der benutzt nicht mal ne Waffe. Der macht sogar auch ne Waffe. Einfach. Disrespect. Disrespect. Komm, Vita. Bazooka auf ihn drauf. Du hast auch ne fette Waffe. Komm, Vita. Vita, die Bogie. Komm, Vita. Shit, also Vita ist der zweitbeste Spieler scheinbar, ne? Von uns. Ja. Sieht so aus, ey. Vita, heftiger Typ, ey. Der Beurer sieht hier alles einfach weg, ey. Ah, shit. Ja, shit, so. Fuck, ey. Fast, ganz knapp, ey. Guck mal, Vita hat nur einen rausgeschlagen. Ich auch, scheiße. Ne, Vita hat zwei, ich hab nur einen. Aber guck mal. Ich hab sie viele Leute rausgekriegt. Ne, Vita hat einen, K.O. Aber guck mal, ich hab den drittmeisten Schaden gemacht, ne? Doch, immerhin, ey. Der Hawking hat den zweitmeisten Schaden sogar gemacht. Ich hab exakt genauso viel Schaden wie Vita. Nein, krass. Ne, wie Küssum. Shit. Also war ich schlecht. Okay. Sir Roland. Toxic, du kannst das Spiel auch auf Handy holen, ne? Wenn du willst. Das kann man auch auf Handy spielen. Kannst du mitzocken, wenn du Bock hast. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist auf Handy. Ich guck mal eben. Brawl. Andi sagt mir, was kostet das gar nichts. Was ist denn sonst? Aber wie holt man sich das denn auf? Playstore scheinbar nicht. Ne? Was, Brawlhalla geht auf Handy? Ich glaube ja. Brawlhalla Mobile. Ich meine schon, ja. Guck mal, Toxic. Hier auf dieser Seite von denen. Ich glaube, das geht, Toxic. Guck mal nach. Ich weiß es gerade nicht. Scheinbar soll es wohl gehen. Aber ich hab mich da jetzt nicht so mit befasst noch. Ich will dir nichts Falsches versprechen. Du kennst dich aus. Ich dachte, du kennst dich aus. Die Küss. Grüß ein, worauf bist du das denn gerade? Du hast gemeint, du ladest dich das runter. wahrscheinlich playstation war ich mache mich nach dem link mit vitality ja ist also ich will jetzt nicht falsch sagen ich habe gesehen braunhala mobile gibt es wohl aber vielleicht auch eine beta wer die kann das verifizieren ich weiß gar nicht wie ich aussehe wer bin ich überhaupt toll ich bin schon tot ich bin gestorben weil ich gerade weg war ich wusste nicht dass er schon anfang etwas weg ja ja ich habe kurz jalousien runter gemacht ich bin mit controller am pc ja das ist scheinbar die drei boys ja auch der daniel der edi unter monos bin auch am pc alle war so macht das naturjunge ja ich muss also das ist besser ich habe mal beides ausprobiert wie das einzige spieler auf der welt der mit netzcontroller auch alles spielt aus nostalgie gründen war das war nicht bei mir nein oder was der monat kinder was steht im monat der boi ist der tanik tanik so ne kommt raus aber wer was war das für geräusche von wem waren weiß nicht ich mache jetzt wie das teil ich weiß gar nicht wo ich bin gerade erbieter ist ein blauer nein doch doch ich sehe dich ich bin der rote ich sehe dich man der pinke der ist so gut wie lange geht deine pause noch vor ich habe dir ja richtig gegeben war das war ja gemein das war echt gemein ich wollte ich wollte einer wieder machen und mir verstecken aber ich habe nicht gesehen ich habe das wieder weil du da so rum stand alle wollen jetzt er wieder sein beste technik wieder technik das haben eine bomb wird die kriegst du wieder zurück das war gleich nach dieser runde ich bin geklappt das video machen zum reaction das ist voll lustig mit fünf ausnahmen auf fünf ansichten ja ja können wir machen das ist ja voll funny bestimmt voll geil so fünf ansichten aber was richtig gringig ist so ok dann hole ich mir eben hier den sieg und dann der boy brauche ich jetzt so lange ich will sagte und scherz pancakes das sollte nur betonen wie gut du spielst und dass wir hier gar nicht klar kommen spielst das spiel pancakes so einfach so immer regelmäßig so einfach so entspannen wo bist du hin klo leute ach so der macht ein bisschen droitsche 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 da ist mein weg mit du bist auf meine wiener geschwungen da ist wird dann nicht flüchten hat keine chance ich habe mich selbst ausgeworfen gemacht an dasoll das 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 früher täglich inzwischen einmal die woche okay krass wie kann man auch nebenbei noch schreiben alter das gar nicht so mit einer hand ist das doch nicht weg gebraucht hat nichts wichtiges aus dem stream wahrscheinlich auch auf dem pot ok crazy game wieder da ist so ich war nicht ich meine für uns auch immer machen war ja für uns das cool monos mit einem anderen brot zusammen eigentlich ja ist er gerade da sein wahrscheinlich schon mal hallo sagen ich habe noch nie gesehen die anderen braun der wirst mysterious referent wieder mal oder hockey ist auch noch da krass der mono ich und die fliegen mal als erstes raus hier drei wieder verbläuern pro ja wieder verbläuern da möchte ich flüchten der hut mal daneben ja ich habe mich aber schon zweimal selber getötet ich habe mich aber auch einmal oder zwei mal dabei getötet ich leck derby derby auf jeden der legt und rasiert trotzdem okay jetzt kann ich gar nichts machen viel spaß toxik der toxik lasst es dir gönnt es dort ist halt nicht wenn der mic vor dir entschießt und ihr wissen halt dafür geweckt also okay krass was ist für mich auch mit der toxik gebrauchung was wie wir all wieder geht wie darf man hat er dann hat er rausgehauen dann aber wenn die zeitgleich abgelaufen ist dann geht das glaube ich nach den meisten kills und wieder ja meistens ja wir sehen uns ja toxik aus da war ich wirklich noch rausgekommen jetzt kommt er hat gewonnen leute ich glaube jetzt ist jetzt total das könnte eine chance sein wieder ist so wie die glauben wir nicht bei mich auf die mine gehen nein ich habe es gesehen also ich habe es hochgesehen auch hat gewonnen well played well played hockey ich habe die meisten chaos krass echt wow der vita spielt echt effektiv ich verstecke mich nicht